hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von road 96 straße 96 unter dem hotel was schon längst eigentlich fertig sein sollte was aber nicht mehr gebaut wird noch eine ruine ist der letzte folge hat mir ja auch wieder neue begegnungen gehabt werden ja schon jetzt insgesamt kennengelernt alex gut fanny die polizisten auch indirekt schon schon hat mir kennengelernt show it was deine menschen auch nicht in sonja aber gut das auto von sonja steht ja hier gut ist das auto ihre musik wird er geparkt so offen gewesen dass der sich da drauf gestellt dazu das hat mir schnell hingefallen aber nicht ordentlich eingepackt die beide nicht eigentlich gar keiner von denen er steht wenigstens seiner parkbucht und der steht schon nicht so ideal der auch nicht noch beschissene die stehen die drin eingepackt na gut es geht noch viel ein bisschen komisch schräg das auch noch okay das fort das ist gut eingepackt hier das ist vorbildlich eingepackt ich kann mich dann hinlegen kann dann pennen ich bin schon wieder fernseher ich bin jetzt hier drinnen doch vielleicht Mist, nichts gefunden. Ach ne, Frau hat dein Lebensmittel möchte ich eigentlich nicht essen. Und ich gebe dir ein Zimmer, und einen Discount. Ich mache es mir selbst, aber es klingt nicht... ...klasse. In einem gefeiertes Zimmer der letzte Woche. Sie machen... ...inappropriate Dinge mit dem Essen. Oh. Natürlich, du wirst. Jetzt gehst du die Bottele und gehst. Sonja mag nicht warten, schau, geh! Ja, ich will trotzdem gucken, ja. Ich muss mal zuhause anrufen. Warte, so gut, wenn ich anrufe, wenn die das abhören. Die Bullen. Hallo? Wie konnte du? Als ich kam, warst du weg. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Wir haben einen Pakt gemacht. Ich bin nicht... stark wie du. Du, du denkst so? Okay. Ich, ich werde das machen. Morgen. Morgen. Ich werde weg. Ich bin nicht tief. Ob... Ob... Obst du... Obst du... Obst du... Obst du... Obst du... Obst du wahrscheinlich dann rein, wenn ich hier... ...champagne habe. Schaut, dass ich aber auch da wie es aussieht. Ein guter zumindest hier. Auch wenn ich sein Auto nicht sehe. Eine modifizierte Karte für Mitarbeiter. Karte für Motör-Mitarbeiter wieder oben. 307. Na guck ich, was es hier gibt. Juhu. Juhu. Spanio. Spanio. Jaws. Ich weiss, dass du in diesem Hotel treffen mit dem Schwarzen Brigaden veranstaltest. Versuch nicht erst zu lökeln. Du hast also bis Freitag Zeit mit 10.000 Dollar bezahlt. Ich bin nicht Wählerorisch und akzeptiere alle Art von Scheinen. Leg das Geld in den Briefkasten. Nehme den Mülltonnen, falls nicht werde ich wohl die Anti-Brigaden-Rückleiner anrufen wissen. schaue das geld in dem briefkasten in dem bild sondern das ist doch doch was soll er machen eigentlich das ist doch doch finally put it on the table and get the hell out den will sie ja nicht beobachten hey, can you ever take photos? na was für mich das war bestimmt keine Schwanzfotos das hätte wohl dasselbe getan chop 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 let's do it ok, here's the scoop I've sent Adam, my driver, to meet two members of the black brigade in the warehouse across the street while he talks, I want you to take photos, got it? just don't screw up sweetcakes good, good muss gucken, wo Adam is eigentlich okay ja da down here, you see me? of course we see you what do I do if they start asking questions? you keep that trap shut the kid and I'll tell you what to say through the earpiece now we wait kid, you got any questions? any at all? now's the time to ask just that Tyrak puts them there to catch teens on the run oh honey, please Flores isn't gonna do a thing because she ain't gonna win nach, wenn du meinst can I pee, Sonja? it burns for the hundredth time? no! da kommt noch einer ok, I'm going in sorry, da post der mit dein gut hey there guys hey there guys Jesus Christ evening Thelonious erhober das ist ja if you say so sweetie pat, take a photo let's talk inside this better be good Thelonious we baited them Thelonious there supposedly has important info Adam Adam we can't see you you gotta make the move guys uh can we go somewhere else? the Feng Shui is off here right? you're a very strange man I got a bad feeling about this R relax we're looking for info on where Tyrak's gonna be Thelonious is gonna help us with that kid Alex's help maybe we can take him out Sir Thelonious yeah Alex he's there he's there he's there okay Honeybuns think fast numbnuts needs our help there he is there's a new pump Tyrak will be there for the grand opening yeah surrounded by dozens of secret service that can't be the only thing you have to tell us why'd you say that? you know what? I'm out of here I don't trust you guys whoa whoa let's stay cool oh Adam's a trooper he'll be fine you're not going anywhere Tim searcher ne das mach ich nochmal nul tut mir leid ob das will ich richtig machen wie ist das wenn ich erst batten gehe? mhm mhm ich dachte euch könnte sie überspringen hier das kleine video hier ja ist das nicht nicht ist das nicht Du, ich war eingesperrt. Weiß nicht mehr. Bisschen Briefkasten in den Mülltonnen. Hab ich jetzt Glück. Sie bauen in den Mülltonnen aber jetzt keinen Briefkasten. Was mehr da drinnen stand? Mülltonnen sind ja hinten eigentlich. Briefkasten sehe ich aber nirgends. Ich habe Briefkasten irgendwo. Doch hier ist ein Briefkasten. Den vielleicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Oh, thank God you're here, kid. You saw that beautiful limo out there, right? That's Sonja's. You gotta deliver that champagne up to her. I do it myself, but it doesn't seem classy. In a fired room service last week. They were doing inappropriate things to the food. Das ist mal anrufen schnell. Das ist auf einmal Freundin. Ich liebe dich auch. Wo sind Sie? Sind Sie close? Ich verstehe. Ich denke, wir müssen sprechen. Ich habe schon gedacht. Vielleicht ist es besser, wenn wir... Ich habe mich trotzdem bei meiner Ex-Freundin gemeldet. Ich habe mich trotzdem bei meiner Ex-Freundin gemeldet. Oh, das ist nicht so schlimm. Oh. Und dann... So, ist gerade hoch. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Adam, you're a loser and no one knows you. Yes, Sonja. And don't blow this. Yes, Sonja. It gives nichts. Jesus Christ. Hey, you ever take photos? Jetzt hat das nochmal. Äh, äh, äh. And I'll explain. Chop, chop. Don't. Now, chop, chop. Oh, good. Okay, here's the scoop. I've sent Adam, my driver, to meet two members of the Black Brigades in the warehouse across the street. While he talks, I want you to take photos. Got it? The terrorist group responsible for the attack in 86. Am I the only educated person in Petria? Down here. You see me? Yep. What do I do if they start asking questions? You keep that trap shut. The kid and I'll tell you what to say through the earpiece. Now we wait. Kid, you got any questions? Any at all? Now's the time to ask. The more money you got, the better. Sometimes I withdraw money from my account. Just to hold it. Then I put it back in again. Oh, was that a tip. Oh? Sorry you feel that way. Can I pee, Sonya? It burns. For the hundredth time? No! Es wird nicht gepisst. Das kommt so lange laufen, Robert und Tim. Okay. I'm going in. Hey there, guys. Hey there, guys. Jesus Christ. Evening, Thelonious. If you say so. Sweetie Pat, take a photo. Let's talk inside. This better be good, Thelonious. We baited them. Thelonious there. Supposedly has important info. Adam! We can't see you. We can't see you. You gotta make the move. Guys, uh, can we go somewhere else? The Feng Shui is off here, right? You're a very strange man. I got a bad feeling about this, R. Relax. Nice. With that kid, Alex's help, maybe we can take him out. Sir Thelonious, what can you tell us about Tyrek? Okay, honey buns, think fast. Numb Nuts needs our help. There's a new pump. Tyrek, uh, will be there for the grand opening. Yeah, surrounded by dozens of secret service. That can't be the only thing you have to tell us. You want more information? You'll have to pay for it. Whoa, whoa. Let's stay cool. Ah, I go ahead. Oh, Adam's a trooper. He'll be fine. You're not going anywhere. Tim, search him. Switching to the boys in. He's got an earpiece, R. We need to go. No, we go on the roof. It's time for a more serious discussion. Oh, oh. Oh, shut up, kid. Just keep taking photos. Whoever's listening, I sure hope your friend knows how to fly. Oh, yeah. Sorry, Thelonious. I guess the kid made his choice. Come on, Tim. We're getting out of here. Whoa. That was cold, kid. You just killed Adam. Oh, yeah. Watch my next show. You'll see. Uh, Adam? I mean, Adam! You're alive! It was all the kids doing. Us. I tried to save you, but he saw an opportunity and ran with it. Get out of here, kid. Before I throw you through that window. Gute seien verliebten, Sielse, von daher. Glaubt er mir sowieso, ne? Ah, das hier hat er wohl erlebt. Wühlcontainer. Der wird nur gefögelt. Hat er wenigstens welche Spaß da drin. Ja, Sherwood ist da. Ah, ich dachte, ich darf keinen Mut hünden. So, dann darf ich jetzt das Zimmer bekommen, eigentlich? Oh, Tonga. I'm not really for teens being on the road, personally. I mean, why can't you just stay at home and help your parents? So selfish. Okay, dann kann ich doch. Ich kann einfach mit dem Taxi fahren. Ich kann einfach mit dem Taxi fahren, mit dem Bus. Das ist das, wo wir nicht oder laufen. Hm. Allerdings habe ich ja Sherwood schon getroffen vom Prinzip. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt das Taxi rufe und ich dann Sherwood noch mal treffe. Mann, der ist ja schön hier, aber das will ich jetzt mal sehen. Happy Taxi. Wenn ich dann Sherwood noch mal treffe. All of our Taxis are currently busy. Please call again another day. Ah. Ich würde nicht sagen, weil er ist ja hier. Jetzt kann ich, wie gesagt, entweder das Auto hier nehmen. Kann ich schwimmen und das auch das machen. Gut, das Laufen ist immer so eine Sache. Ich weiß, wie viele Punkte hier verlieren wir. Da wird bestimmt zwei, drei Punkte wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viele Punkte hier nehmen können. Ach, nimm das Auto. Ich habe es einmal. Ach, nur noch 16 Kilometer, bin ich schon. Na, trotz schon. Da sieht man, es sind ja auch zu 100% noch Sherwood und Fanny. Da fände ich die noch fehlen. Also ja, ich war mit Barcelona mehr. Wunderbild. Ui, da war doch noch was mit der Polizei dann. Die Polizei dann, glaube ich, die auf den Sack gegangen ist. Allerdings habe ich dieses Mal ein Schriftstück. Jetzt ich den Ausweis ja hier noch von Fanny habe. Also die Fähigkeit. Er kann die ja nicht machen hier. Es gibt aber Stoff hier. Ach, das Fanny. Das ist gut. Das ist gut. Real gut. Das ist gut. Ich habe meine Gedanken. Haha. Ha, ha, ha. Ach so, das ist ja doch morgen. Auto leben. faster nach von ihm stamm links und rechts links der rechts links rechts links rechts links rechts links rechts links rechts links für links 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 rechts links eins links und zurzeit das ist nur klapp jetzt hier Feinig muss man hören, ob es wirklich sehr, weiß nicht, pur wie die Brigaden. Sehr gefährlich, ihre Frau. Nichts, sehr sicher, hier. Die Sache furchtelt, weil wir die Erlarmen, nur. Das war im ersten Durchlauf auch gewesen, hier. Das war ein Auto beim Ökowitron gewesen. Boom. Das war's. I prefer not to tell you, it's safer this way. Black Brigades! Dangerous activists! Stay away from them! I should have never gotten you wrapped up in this. What was I thinking? You should go, before all the cops get here. Go! Go! Mach's gut. Ich durfte schon. Ah, jetzt hätte ich das dann nochmal gehabt hier, dass ich einen Ausweis bekomme, also die Fähigkeit. Also gerade. Ich durfte uns hieranstaltos. na gut ja schön würde ich sagen werde jetzt gefüllt aber auch pechen das ist ruhig mal eine bewährung da und abo sieht euch auch mal andere videos an und ist ein volk wert wird dann weiter richtung grenze laufen hier richtung berg also macht's gut ist dann und schuss